halli hallo hallö ich meine lieben freunde und endlich wieder herzlich willkommen zurück zu warframe ja und wieder mit am start der hardscope ja endlich mal wieder wir haben schon ewig nicht mehr aufgenommen ja ist richtig und er hat sich ja einiges verändert denn wenn ihr jetzt mal hier auf die sternkarte guckt hat sich diese sternkarte komplett verändert also jetzt sind wir hier auf der erde aber jetzt raus zu haben wir das komplette sternensystem die erde wir sind zurzeit auf der erde da gibt es ein maus phobos er ist blut und neptun oder ja wir sind wie gesagt auf der erde und jetzt ist auch hier alles ein bisschen anders angeordnet wie ihr seht gibt es jetzt hier ja ja also harzgruppe sagt wir haben mantel zum schluss gespielt jetzt können wir als nächstes dann dass das also wir können als nächstes eurasia spielen live oder überfalle das corpus lager und dann schalten wir hier wahrscheinlich dann die nächsten sachen frei und ich würde aber mal sagen wir machen das überfalle das corpus lager weil das irgendwie zeigt mir das die ganze zeit im menü an überfalle das corpus lager ja gut dann machen wir das oder ja genau ich mich direkt eingeladen okay dann geht es jetzt los aber der kopf bewegt sich denn nein das will ich nicht spielen ja jetzt will ich nein ja so jetzt haben wir wieder unser schönes unsere schöne raum schiff ja ja der onkel das nennt mich wieder onkel das ist dialektbedingt bei mir man so aussteigen hier aus dem ding wo ist mein freund da ist mein freund da bin ich ich bin grad wieder ein bisschen zum steuerung herausfinden okay auf f ja okay auf f war wechseln genau die sind bad news oder so low which is why you're here technically just steelen but don't let that body the quarters are exactly because of more fortitude either they sell anything to anyone don't get me wrong I like profits a lot but I don't sell my Das ist unvergültig. So, jetzt? Ja, so! Okay, gut. Sieht ja keiner aus, würde ich sagen. Da unten laufen so MOA-Dinger rum. Die schauen aus wie die von Star Wars, finde ich. Äh, jetzt hab ich schon nur... Guck mal. Warte. Wir haben jetzt hier hinten... Der kommt auf mich jetzt an. Haben wir wo? Hier haben wir einen Fahrstuhl. Tschüss. Haha, zum Glück bin ich zuerst hier runter. Haha. Oh, wieder die ganzen Kisten wegnehmen, oder was? Ne. Da ist keiner auf. Oder? So. Bin da her. Warum bist du denn da runtergesprungen? Weiß nicht. Vielleicht sterbe ich ja dann. Ach so. Ne, ist nix. Na toll, jetzt hatte ich mich schon gefreut. Schöne Kisten. Scheißdreck. Wenn wir wieder alles in die Marzko wegnehmen, ne? Ja. Ähm. Okay, wir haben hier so einen Eckenkopf. Ich schieße ihn mal in seine Ecke. Oh. Du wirst keinen Alarm drücken, du Schwein. Er wird Alarm drücken. Oh Gott. Oh. Alter. Oh Gott, jetzt geht's richtig ab, ey. Entschuldigung, ich hab's ja alle geweckt. Nein, ich hab's. Das ist wohl Alarm. Oh Gott. Oh, lass mich in Ruhe. Aua. Oh Gott, was sind die... Ach du Scheiße. Ich sag doch, das sind diese Knusperköpfe. Ja. Oh, ah. Knusperkopf. Warte, wie geht ihr jetzt schlagen hier, verdammt? Ach eh. Ui, ui, ui. Da ist aber ganz schön viel fallen. Und jetzt noch einer. Ach ne, ist so ein Moor-Ding. Aua. Aber da ist noch so ein... Aaaaah. Oh Gott, das will. Hast du die ganze Zeit schon die Bistöler? Ach ja, klar. Alter. Das ist mir schockt. Hab ihn. Ach, wie wir da reinkommen, ey. Das ist schon so lang... Ich springe hier rum, die Falsch gehen. Ui, ui. Guten Tag. Oh, was ist das? Du springen rum. Oh, hier ist doch gerade... Ah je, ich drücke immer die falsche Taste. So, Moment. Ich will meinen Bogen haben. Ei, ei, ei. Boah, also hier kommt der Bogen nicht so gut an. Na, ich merke schon. Oh Gott. Was glaub ich dir? Äh, ja. Ich kenn's dich. Wenn du halt brauchst, dann sag ich Bescheid. Oh, ich sag Bescheid. Oh. Aua, hast du mich gerade angeschaut? Oh, nee, das... Oh, oh. Oh, oh. Boah. Boah. Gibt's hier eigentlich keine Bomben? Ach doch, gibt's doch, ne? Die, warte mal. Hä? Ach, jetzt hab ich... Irgendwie erinnert mich gerade diese Mission irgendwie ein bisschen an Star Wars. So wie die schießen, das... So ein bisschen wie Star Wars. Aha. Sorry, dass ich das gerade nicht so nachvollziehen kann. Weiß nicht, warum. Ich kenn keine Knusperköpfe weg. Weiß nicht, warum... Was da muss. Knusperköpfe. Oooo. Ich sag mal nicht so fresh, Jo. Eieieiei. So ist mir jetzt egal, aber mein Zeug den muss ich noch holen. Warte. 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 Hier drin stehen... Hier drin liegen noch Sachen rum. Ja, komm Gott. Bin da der. Ja, hab's gesehen. Der ist der Kopf abgefallen. Hehehehe. 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 Die tue mir schon irgendwie aus, als hätten sie so eine Cornflakespackung auf. Deswegen ja Knusperköpfe. He. Okay, wo müssen wir überhaupt hin? Kommt nichts, Paco. Oh Gott. Hehehehe. Das schaut so aus. Wir müssen ja in 3 Punkte haben. Da drüben die Dinger, die kannst du auch aufschießen, ne? Diese... Diese komische... Hey, hier haben wir irgendwas... Ach, wir müssen die Dinger zerstören. Okay, ich dachte schon, ich hab einen Fehler gemacht. Okay, was haben wir hier? Sicherheitssystem hacken. Okay. Ich hab die ganze Schränke mal geöffnet. Ach, die gehen auch? Die grünen, ja. Ah ja, okay. Und diese Dinger hier kannst du auch zerschießen, diese, diese, diese komischen hier, die. Oh! Na, nicht die. Hehehehe. 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 Du hast gesagt, ich kann dich doch schießen. Ja, ja, ja. Die meine ich, diese komischen... Muss ich schon sagen. Ja, du musst mich ja auch mal zeigen lassen. Und nicht einfach losballern. Ich muss gesagt, auf die Dinger und es hat genauso ausgeschaut. Macht nix. Batz! Oh, ich seh'n die ohne Maske weiß, oder? Ach, cool. Sieht aus wie Mr. Freeze. So, ich lauf mal zu dem anderen Roden dahinter. Okay, ich... Oh! Das ist jetzt nicht so, denk ich mal, aber... Ah, die sehen aus wie Mr. Freeze vom Batman. Oh, ich hab Batman nie gesehen. Oh Gott! Langweilig. Hehehehe. Alter, was ist denn das für ein grüner Man hier? Ein grüner Man? Der Ketschert. Buh! So, hier. Hä, warum macht denn der nix? Okay. Den hab ich jetzt nicht verstanden, den Typ. Den hab ich jetzt grad nicht verstanden, den Typ. Okay, gut. Flutsch, flutsch, flutsch. Hast du kaputt gemacht? Gut. Ja, das ist ganz dahinter geflogen. So, eins und rotes Ding haben wir noch da hinten. Ja. Hallo, rotes Ding. 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 Wo müssen wir denn da hin? Wo müssen wir denn da hin? Wo müssen wir denn da hin? Ah, da oben! Ok, grünes Hacken? Nein! Hohohoho! Gut! Oh Mann! Wird das falsche geöffnet? Ich bin eingefroren! Haha, echt? Ja, das war so ein Einfrührfass! Uiuiui, hier sind ganz schön viele! Alter! Der lebt schon gar nicht mehr! Alter! Boah! Fuck! Ach so, der war tot! So! Nein, da schieß ich nicht drauf, ist ein explosives Fass! Mal riesig! So! Oh, ja! Ich bin ein Klebefinger und ne Lootsau! Okay! Okay! Die dicken sind die, äh, explosiven Fässer! Okay! Gut, ich glaub wir müssen... hoch! Aber ich weiß nicht, ob hier unten noch irgendwo... was steht! Aua! Oh, ich bin runtergefallen! Nach oben! Ah! Ich flieg raus aus dem Level! Alter! Ich hab in letzter Zeit ein Problem! Meine Maus funktioniert nicht mehr so gut! Oh, das ist aber nicht gut! Irgendwie geht jetzt langsam meine ganze Hardware... langsam... kaputt! Oh, das kenn ich, das ist immer nicht schön! Nein! Oh! Ja! Mann, ich wollte es fast daneben haben! Mann, mit denen freu ich mich nicht an! Die sind viel! Grünes Tor! Mein Gott, hier ist ein grünes Tor! Hey! Noch eins! Oh, hier! Du musst dich gegen mich wehren, hä? So, ein Wichser! Vor meinen Augen! Bitteschön! Ach du so, wie geht denn das jetzt? Äh, da musst du dagegen drücken! Alter, du musst jetzt hier irgendwelche Richtungen... Ne, du musst nichts dagegen drücken! Ne, 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 du musst die Linien übereinander bringen! Ja, du bist dagegen drücken! Du musst dagegen drücken! Super! Hm! Hm! Okay, da ist das letzte Ding! So! Ah! Ja! Oh, und das! Oh, oh! Mein Gott! Ich weiß, du stirbst jetzt! Ich darfst du die Drohne? Na! 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 Dann. Na! 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 Ich habe einen hohen Namen. Oh, Onkel. Schukla. Schukla, das passt schon. Ich bin im Lootraum, ich bin im Lootraum. Was für ein Lootraum, was für ein Lootraum, was für ein Lootraum? Nein, Lootraum. Ach Gott, da ist der ganz dahinten. Der ist nicht mehr da. Oh nein, 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 nein. Ach, ich bin runtergefallen. Ich bin runter gefällt. Wo bist du? Ach so, du gehst in die richtige Richtung. Aha. Alter. Hier bin ich. Ich glaube, hier sind aber auch noch ein paar Sachen, was du einsammeln kannst. Jupp. Ich bin ein Weg, die Pizza. Und? Aber ich habe trotzdem das Gefühl... Nein, jetzt kann ich mich wieder nicht her setzen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass... Was wollte ich jetzt sagen? Du hast das Gefühl, dass... Dass wir trotzdem alle unsere einzelnen Sachen einsammeln. Ähm, kann vielleicht sein, dass das alles klassenspezifisch ist. Guck mal, kannst du das hier einsammeln? Komm mal zu mir. Äh, Moment, 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 Moment. Das ist ja Gewehrmunition hier. So. Warte mal. So ging meine Theorie nicht so ganz auf. Da läuft halt lang und da kippt dein Wurm. Shit, nein! Fällt ja auch mal rund aus. Das ist so eine Kacke. Ohohohohohoh. Komm her. Komm, 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 komm. Wann. Ja, wo müssen wir denn überhaupt hin, dahin da? Ah ja, das ist noch das Halbutsche. Ich will doch in der Seite ein Stück. Ja, hier. Alligato. Ah, verdammt, drüber geflogen. Nee, wir sind richtig fertig. Sind wir fertig? Ja. Jaumei. Ja, mal gut. Jaumei. So, mein Bogen ist fast auf Ragen 10. Ja, super. Ja, ist doch gut gegangen. Fjallasen. Forseis, erlange das Navi. Ja, bist du okay? Ich muss so mitkommen. Sehr schön. Mhm. Äh, hatten wir nicht jetzt... Hatte ich dieses letzte Mal so eine Blaupause gekauft? Ach, hier vom... Ähm, ja. Okay, ich gehöre dir. Ähm, nee, das gehört nicht. Boah, das ist alles anders gemacht jetzt. Operator, do not abandon me again. Build the countermeasure. Ähm, das ist jetzt alles anders gemacht. Äh, was? Wenn ich hier aufs Bau... Ach, das... Ja, wenn ich hier auf den Markt gehe, ich blicke jetzt zum Beispiel gar nicht mehr durch. Warte mal, ich komme mal hoch. Ähm... Boah, kannst du jetzt mal aufhören zu reden, Mann. Markt. Oh Gott. Okay. Ähm... Aber man kann diesmal sagen, man möchte nur Blaupausen sehen. Ah, okay. Aber irgendwie finde ich in dem Shop nichts mehr. Nichts. Nichts mehr. Ah, nur Blaupausen. Ähm, keine Blaupausen gefunden. Ähm... Ah, schau mal, oben links hast du Startseite. Da kannst du auswählen, was du willst. Ah, Waffen. Oh, ey. Oh, da gibt es vielleicht ganz schön viel. Premier. Warte mal, Waffen, Premier. Sekundär. Genau, ich möchte gerne. Feuerbogen habe ich ja. Ähm, 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 ähm. Ich muss jetzt mal schauen wegen meiner... Das ist geil, ja. Ich habe mir diese Bursten da gekauft. Die Galantine sieht ja geil aus. Bursten, was fehlt mir denn dazu noch? Das ist schwer. Also ich brauche noch 600 Nanosporen und 150 Legierungsplatten. Dann kann ich meine Bursten endlich machen. Ähm, wo ich jetzt allerdings diese Legierungsplatten und diese Nanosporen herbekomme, das weiß ich nicht. Das soll wirklich hergehen... Was ist das? Ich weiß nicht. Für was? Ascaris Negator. Was ist Negator? Das ist diese Nanopolis auch geil. Die Aquastor sind geil. Diese... Ähm, okay. Stell dich jetzt einfach mal her, was das ist. Ganz herstellen. Dauert null Minuten. So, mal schauen. Die sehen geil aus. Die Dinger, die Aquastor. Oder wie die heißen. Aquastor. Ey, cool. Die Werkbank schaut ja auch geil aus, wenn die das herstellen. Was kannst denn du herstellen? Ja. Ja, warum kann ich jetzt nicht mehr reingehen? Hallo? Ähm, hallo? Was kann dieses Arxis Negator entfernen? Die Asar ist sicher... Ja, das stelle ich gerade her. Was? Ähm, hallo? Ich kann gerade gar nichts mehr... Ah, jetzt ab. Bereit zum Abholen. Okay. Nur ins Inventar. So, wie komme ich jetzt wieder ins Inventar? Ähm... Ja, wie komme ich wieder ins Inventar? Hm? Ähm, nein. Leider nicht. B? Nee. C? Nee. Aua. Ähm... Escape? Quest? Profil? Da bastelt sie die Schmiede. Hey, irgendwo kommt man da auf jeden Fall hin. In der Sekunde... Ähm... Blaupause wurde fertig gebaut. Arsenal X. Okay. Okay. Keinstand ist in ihrem... Äh, in ihrem... Hm. Ich verstehe noch nicht so ganz... Oh. 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 Oh, bei mir passiert gerade was. Ich gebe dich zur Navigation eine... Oh. Was für eine Verschwendung, sagt er. Oh, ich will in mein Arsenal... Ah ja, okay. Hm. Ach so. Ach so, da war was an uns. Ah, siehst du, das ist, weil man nicht auf das Kören oder Lesen lässt sich sagen. Und wir hatten irgendwas gehabt an uns. Und... Oh, was ist passiert jetzt? Ja, ja, das hatte ich auch gerade. Das, das habe ich gerade irgendwie mitbekommen. Irgendwas war mit uns. Wir müssen suchen. Irgendwo. Daran muss es verbessern. Oh. Ähm, das habe ich jetzt wieder. Hitze. Ja, irgendwie eine Bombe haben die oder irgendwas haben die an uns angebracht, deswegen haben wir das Teil her... Hergestellt und, äh, das haben wir da aus dem Fall. Irgendwo jetzt abgemacht von uns. Ah ja, okay. Mit dem Gerät. Aber jetzt sollen wir irgendwie... Operator, may I suggest you access navigation and save your life for my sake. Und, äh, das können wir doch immer gut gebrauchen. So, aber dieses, äh, Navi-Segment sollen wir jetzt dann eigentlich machen als nächstes. Äh, ich weiß nicht, würde man da entscheiden. Entscheiden wir auch. Ich glaube, ich bin im nächsten Part, oder? Ich weiß nicht. Ja, wir sind bei 24 Minuten. Oh mein Gott, Navi. Er reicht das nervig, Segmento. Jo, dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Partner. Richtig. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin. Ciao. Doos. Doos.